Ich bin so nett und gehe nicht auf ihn, aber erst mal er, er geht natürlich wieder voll auf, ja und nicht verlieren, ja komm! Weißt du, er greift mich hier mit ewig Truppen an und verliert mal wieder gar nichts, weil du auch. Na toll, das habe ich gleich wieder verloren, ach fick dich doch, wenn ich wieder nichts habe. Ich bin ja nicht so gemein. Du gehst dann nicht mal nach rechts, da wäre alles frei gewesen. Nein, der kommt wieder zu mir, der Uhrensohn, weißt du? Du kommst ja auch zu mir, das ist gar nicht was du übernimmst. Ich war da zuerst, ja, da ist meine Hauptstadt und alles. Nein, rechts war ich? Nein. Du hast irgendwie ein Gebiet, weißt du? Oh, das gehört alles mir, weil ich hatte da mal ein Gebiet, deswegen verliert der Scheißplanet mir. Ja, so ist das ja. So, was machen wir nur Scheiße dürfen. Glaub nicht. Und ich sehe nicht mal die Karte, weil dieses Kackspiel nicht rausgerollt, ey. Glaubst du es? Glaubst du es? Glaubst du es? Oh, was ist denn da? Hä? Hier jetzt komm, du bist manöver. Ich will verschieben, warum geht das nicht? Geht doch, jetzt musst du das anklicken und danach da wo du hin willst, das stelle ich nicht so dumm an. Junge, wie dumm kann man denn sein, du hast das eben schon mal gespielt. Nein, habe ich nicht. Es ist ein bisschen verwirrend gemacht. Blau, Blau kann mir gar nichts. Oder doch, Blau kann, naja, ich bin ja in der Blauen, das ist ja auch nicht für mich. Blauer den Damm. Das kann jetzt da unten alles überschwemmen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, der hat schon ohne Indikaten. Wer kommt jetzt? Gelb. Gelb, Kelb kann mir was. Das ist schlecht. Aber es macht lieber irgendwas anderes. Nein. Nein. Das ist doch gut, weil ich dir den Kontinentbonus abgenommen habe. Ja. Das ist schlecht. Grün. Kann mir grün was? Ne. Geht so. Muss jetzt grün seine Truppen hin. Oh Gott. Ah ok. Dann füge ich das alles. Ja, verlierst du noch Truppen gegen Gelb. Oh ja. Wer macht den Regeln durch? Schick dich doch. Kannst du mal für Gebiete verwandeln? was soll der unsinn oh wow ja wow der tempel ist ja komplett überfordert und warum kriegst du das andauernd was für ein unsinn da war ich den tempel kontrolliert sterne gegen truppen tauschen nicht tauschen wow das ist ja komplett op ich krieg da alle truppen ok dann muss das weg wenn du das jede runde kriegst dann muss das weg das geht ja gar nicht ich sehe das schon finde das schon so gut wie es ist ich dachte das kriegst du vielleicht einmal hier alle 10 runden das ist meine hauptschau das geht ja gar nicht aber das ist ja komplett op unter den umständen hätte ich dich doch weiter angreifen vor allem du greifst mich jetzt an ich hab dich extra in Ruhe gelassen dachte davon das war ich nicht mehr keine Gnade mehr so du kannst da dann ist das schon mal schlecht ich wollte dich da in Ruhe lassen aber nein ja ja du wolltest dich in Ruhe lassen schon klar ich hätte dich da nicht weit angegriffen jetzt wird er blüht weißt du ich hätte dich ja gar nicht angegriffen ich war total friedlich als ich all deine truppen da abgeschlachtet hab und versucht hab dein Zeug einzunehmen ach komm schon und nur den Kontinent nur den einen das ist mein Kontinent das ist meine Hauptstadt daneben ach komm schon ich würde kein Glück in diesem kack Dreckspiel du musst du okay ich muss jetzt erst mal Truppen verschieben Ich könnte einen Stern, hm. Ich nehme mal die Karte, ach komm, Alter. Ich bekomme so richtig viele Sterne und so. Ich bekomme schon wieder so einen Bonus, weißt du, so 20 Hauptstädter und so. Ja, komm, natürlich 20.000 Hauptstädter ober der Pin. 20? Dann lass mal die Ruhe nicht. Natürlich greift er wieder mich an, weißt du, er sagt nur, oh, ich glaub dir nicht an. So gelogen. Du hast mich doch angegriffen. Du hast angefangen. Ich hab überhaupt nicht angefangen. Das war schon am Anfang an meines hier alles. Ich hab überhaupt nichts gemacht, ich wollte meine Ruhe haben und dann greift er mich an und sagt, oh, ich geh nur den Kunde und ich hab dich gar nicht angegriffen. Fick dich, Alter. Ich könnte auch drauf hoffen, dass Grün dich angreift, aber hm. So, wer grün greift die? Na ja, wer grün kann denn hier? Gelb kann ich angreifen. Und Gelb hat schon verdammt viele Truppen da rechts stehen. Ja, das ist ein 8er Stack, hm. Und du hast deine Hauptstadt, ne? Würde ich mir an seiner Stelle zurückholen. Und deine Hauptstadt ist auch irgendwie vielleicht ein Greifborder näher dran. Das ist schon irgendwie praktisch. Ja, siehst du, er greift mich wieder an Wacken. Wow, das war jetzt schon so ein bisschen peinlich. Kann passieren. Steckst du nicht dran. Oh, schnell mal Geld wegmachen, bevor er meine Hauptstadt einnimmt. Jetzt hoff, die Gelbe überrennt dich gleich. Schick doch alle hin. Das ist nur deine Hauptstadt, wenn du siehst. Die bringt dir eh nix. Der hat natürlich jetzt wieder Glück und gewinnt ohne Ende. Ja, siehste. Jetzt überrennt noch meine Hauptstadt mit seinem einen Angriff. Klar. Schafft er auch noch. Warum nicht? Da, siehste. Totales Glück. Ja, weißt du. Ich hab kein Glück im Würfeln. Er schon. Ist meine Hauptstadt in Ruhe. Ich finde, man sollte mit 10 extra Würfeln würfeln dürfen. Wenn wir die Hauptstadt angreifen. Fände ich fair. Blau. Blau kann mir gar nichts machen. Blau baut Ressourcen ab. Ich glaube, dafür kann der Truppen einrauschen oder so. Oh Gott. Ja, tschüss. Blau kommt mir ein bisschen sehr unangenehm nahe. Ich muss schon irgendwie sehen, ob da zählt ein Flughafen, weißt? Was macht der denn? Atombombe. Auf jeden Fall nicht. So gelb. Oh, ja. Gelb läuft der Linus erstmal durch. Nein, das ist nicht Delfino, gell. Was tust du denn? Lass mich doch in Ruhe. Nein. Delfino muss sterben. Ja. Ja. Mach ruhig. Hauptsache du greifst roter noch an. Irgendwann mal. Nö. 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 Ich weiß nicht. was ist denn überhaupt. Ich könnte Truppen gegen Sterne tauschen. Nö. 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 So. Ich muss mal aufrüsten hier oben. Da heult er noch um, weiß? Ja. Weil er keinen Würfeglück hat. Ich muss jetzt rumheulen. So, wie mache ich das am liebsten? Da unten? Ich bin halt viel ins Hauptstadt des Blumen. Was macht überhaupt das da, dass da steht? Was macht da? Ist da irgendwie so ein... Was greif ich da oben an? Was greif da oben an? Ach komm, ey. Mit so einem Würfelglück brauche ich diesen Tempel auch. Na also. Geh mal beiseite, du Untote. Du bist untot. Du musst eh weg. Wie geht er sich? Zum Glück sind das nicht meine Truppen. Das wird belastend, wenn das meine Truppen, während ich gerade verheize. Das ist mir schon klar. Das war ja in letzter Runde genauso. Das ist mich mit meine Truppen angegriffen. Das ist ja in letzter Runde. Tschüss. Ich muss da mal über. 1, 3. Damit er keinen Kontinent mehr hat, das geht's mir nicht. Will ich da alle rübersetzen, dann kann er mich da oben angreifen. Nein. Ich setz mal nur 5. Oh. Vielleicht werde ich den Kontinent nicht halten, solange er seinen Dreierstack stehen hat. Ich gönne mir mal noch ein Kontinent. Kann man schon mal nach. Warum nicht? Da hat es 3 stehen, da komme ich nicht rein. Greif doch, mein 2 hat auch noch an, da hast noch ein Kontinent. Stimmt, das muss ich auch noch an. Fuck. Und die Insel, die 3er Insel, die kannst du auch noch wegnehmen. Nächste Phase. Abschließen. Ich nehme noch eine Karte. Ich bekomme immer nur einen Stern. Was ist das für ein Rotz? Ich will mal mehr als nur einen Stern haben. Ich bekomme schon viel zu viele Truppen. Viel zu viele Truppen, das geht gar nicht. Die Hälfte gebe ich dir sowieso wieder. Ich nehme immer das für den meisten Truppen, die irgendwo stehen. Schön. Oh ja, noch mehr Truppen. Wie er mich schon wieder angreifen will, weißt du? Ich hoffe, der Gelbe überrennt dich jetzt gleich einfach. Wir sind denn da. Wie das nicht. Ich hoffe, der Gelbe überrennt dich. Ich werde das nicht gleich. Ich werde das nicht mehr Truppen in meinen Hauptschritt setzen müssen. Das mache ich nächste Runde. Mal irgendwie so 20 da rein setzen. Setz ruhig alle deine Truppen hin. Der Gelbe regelt das dann schon. Von rechts kommt der dann. Oh, glaube ich nicht. So, da ich jetzt eh wieder keinen Würfel... Ach komm schon, weißt du? Ich greife irgendwie mit 10 an, mit 15 gegen 5 und verliere. Und er, oh, ich habe hier so 8 und greife mal 5 an, weißt du? Fick dich doch! Anstatt, dass er mich einfach in Ruhe lässt. Nein, siehst du? Man kann dir viel einfach nicht glauben. Er labert dich mal so. Ich lass dich in Ruhe. Ja, ja. Seh ich schon. Fick dich. Das hat sich ja nun geändert, ne? Fick dich. Ich hoffe, der Gelbe überrennt dich jetzt einfach so, dass du keinen Bonus nimmst. Beide Hauptschritte von dir einnimmst. Wenn du mich angreifst, kann ich dich ja nicht in Ruhe lassen. Das geht ja nicht. Ja, von meinem Glück. Ja, natürlich verliere ich jetzt wieder alles. Danke, Spiel. Ich brauche immer so viele Truppen, wenn ich irgendwas einnehme. Eher so, ja, ich laufe da durch, da durch, da durch, da ist mir egal, was verstehe ich nicht mehr alles ein. Klar, warum nicht? Ja, so läuft das. Fick dich, du Dreckspiel, ey. Ich hoffe, der Gelbe überrennt dich jetzt einfach. Ja, komm. Ich hätte schon wieder fünf Truppen verloren, weißt du. Ich hoffe, der Gelbe überrennt dich jetzt einfach nur. Ich muss halt die Hauptstadt sichern, ne? Ist halt wichtig. Das kannst du nicht mehr. Dann hast dich die Truppen dafür. Ich kann die verschieben. Das würde trotzdem nicht helfen. Das Gelbe hat auch schon irgendwie fünf Hauptstadt. Ich meine ja meine Hauptstadt, nicht deine Hauptstadt. Oh, blau, greif mal grau an. Wo weißt du denn an? Du greifst das Gelb an. Nee, das ist ganz schlecht. Gelb, greif doch mal grau an. Das ist nicht grau. Doch, das ist grau. Doch, das ist grau. Grün. Was macht grün jetzt? Grün könnte dich angreifen. Zehn Truppen. Alter, fick dich. Ach, was machst du denn grün? Das ist nicht grau. Ach, was machst du denn grün? So, darf ich mal wieder? Ja. Na ja, ist dein Gespräch eh nicht Held. Er spricht. Ja. Er spricht irgendwo. Er greift dich nicht mehr an. Und dann greift ich ständig an ohne Ende. Okay, wenn man mich angreift. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Siehste? Siehste? Ich greif irgendwas an und verliere all meine Truppen. Er so, ich hab so 5 und greif jetzt mal 20 an. Gewinne ich, klar. Ja komm! Siehste, das meine ich. Was ist denn das für ein Rotz? Jetzt würfel doch mal was Gutes. Das ist halt Pech, ne? Wie du halt nicht durchkommst. Weil ich nur Rotz würfle. Ach komm! Das ist doch einfach nicht wahr. Er hat vorhin mit 5 irgendwie 8 meiner Soldaten rüber ran, weißt du? Und ich schaff's halt irgendwie nicht irgendwas mal einzunehmen. Danke. Drecksspiel dummes, ey. Ja, jetzt darf ich mal wieder. Danke. Alter! Das ist doch nicht wahr! Ich brauche ein Vielfaches von den Truppen, die du gebraucht hast. Ja. Das ist doch einfach nicht wahr. Das ist so unfair, ne? Du kommst nicht durch irgendwo mal. Ja komm! Unfährst. 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 Der Tempel. Das ist so unfair. Das ist auch noch meine Hauptstadt. Das soll ich einen Bonus bekommen. Fick dich. Das ist functionär. Das ist gut, wenn du mir dopo bist.